Wir sind wieder da. Wir stromen in den Kampf. So. Können wir hier durch? Nee. Können wir nicht. Jetzt müssen wir unten. Also gehen wir jetzt mal hier lang. Was? Müssen wir wieder nach unten? Okay. Warte mal. Ich guck mal, wo die Hochbahn zum Hochkern ist. Was gibt es hier? Das war jetzt urgedeilt. Ich hätte ihm schon mehr. alto sprich sie nicht was macht er denn jetzt aber mal kommst du her Achso, hier war er ja noch! Wie sie baut eigentlich noch so? Aber es baut noch besser. Alles klar, wir müssen jetzt ein Loch springen. Da haben wir eh nichts besseres zu tun. Hier runter. Hier runter. Wir gehen runter. Und warum wohnen die hier? Ich muss mal kurz schauen. Hier geht da. Warte mal, da oben ist ein Entziden. Komm, bestimmt noch irgendwie anders ran. Komm her, Fischi, Fischi! Ich muss ab und zu mal gucken. Vielleicht finden wir hier... Da ist doch noch einer! Ist doch noch einer! Super. Die Frage ist jetzt... Ich gehe erstmal hier lang. Okay, jetzt am Rest Teil. Wir müssen hier rüber. Gebe ich das Leben zu futtern? Oder? Wir müssen ja eh hier rüber. Wollte ich dranhängen? Nee. Nee, 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 nee. Hier noch was hängen. Da kann ich auch nicht drauf. Alles klar. Oh. Guck mal, wie weit ich das kriege. Und jetzt, eh? Hier rüber? Nee. Hier rüber? Ach nicht, von da kommen wir ja. Ja. Aber wie komme ich da rüber? Warte mal, ich will mal was probieren. Wir brauchen das Teil anscheinend hier drüben. Oh Gott, wer was tut. Die Frage ist auch nur, wie. Die Frage ist auch nur, wie. Warte mal hier rüber? Ach, du, still und heil. Okay. Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das könnte klappen. Wenn man ja daneben springt. Hm? Nee, das klappt auch nicht. Ja. Dann können wir ja irgendwie hoch. Aber wir müssen hier hoch. Die Frage ist nur. Wie? Wie? Wie kriegt mir das Teil? Wir brauchen das Teil dann. Nein, das hat er's gefessen und? Die Dinger kann ich nicht aktivieren anscheinend. Nee, da schiebt das auch noch was, sie lässt durch die Gegend. Ich bin gerade überfragt. Also warte mal. Die Frage ist. Ist ja bloß, dass das eh ein Teil, was ich schlucken kann. So blöd wie es klingt. Boah, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Das ist ja auch kein Sinn. Ich weiß es ja, den können wir nicht sehen, ja. Das ist ja ein Stück weit weg. 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 Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Nee, funktioniert vorher. Ey, was muss ich denn jetzt machen? Das war jetzt nicht mit Absicht. Ich brauche so ein Teil, definitiv. damit ich die Dinger hier oben explodieren lassen kann. Aber wie kriege ich das Teil runter? Da muss es irgendwie runtergehen. Da ist auf der Seite. Na ja. Ich bin gerade überfragt. Und das werden wir das halten und das mit uns. Lässt er gehen. Was müssen wir denn jetzt machen? Zei, ich muss definitiv nichts machen, oder? Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich kann sich auch nicht dran festhalten an dem Teil. Man kann es nur schieben. Ich habe keine Ahnung. Die Frage ist jetzt... Was müssen wir machen? Wir können ja... Wir können das ja nur zur Ordnung schieben. Das Teil schluckt das immer wieder hoch. Die Frage ist nur... Warte mal. Sind sie jetzt eigentlich nur eine Pistole, wenn die das gehen lassen? Ja. Geht schneller. Okay. Ah! Ernsthaft! Da war es ein Messhalten, oder? Sehe ich das fisch? Das habe ich nicht gesehen. Die Sider. Aber jetzt soll das rein regulär... Leer? Hm. Oh, ernsthaft! Okay. Hm. Ich habe oben den gelben Balken gesehen. Das war das Problem bei mir. Da fliegt es! Steht eigentlich wieder für den Dingplatz? Ne. Ach, schon mal so ein Engel. Wir müssen uns irgendwann da oben irgendwie fighten. Da ist der! Damit ich nämlich nicht rein gerat. Der Reiter kommt! Ja, ja! Kommt her! Wir müssen hier umkämpfen! Hallo! 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 Schau dir doch! Es wird Pissnel! ... Oh, das ist noch nicht so. da hinten ist was, da leuchtet was da ist nichts oh, hat er was großes wir können bei denen eigentlich nur Heimflugung einsetzen wenn der aber auch noch nicht geht ist er jetzt rücken rüber bei der ganz schön mächtig halt, halt, halt zack nehm diesem Nangen sein Leben ja, dann komm ohne oh Gott nein hm rupi warte, 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 warte scheiß buff zammeln euch so geht das was soll das eigentlich zerstören, warte mal geht geht warte wir müssen eigentlich unsere Waffen ver- na gut wenn ich das sehe denkt man dass es eigentlich relativ schnell geht aber auch die Waffe öffnet sich da die Waffe zu verbessern dauert ziemlich lange ok na tschüss 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 was soll denn der scheiß von hinten tschüss nach dieser epischen rolle sage ich es wieder mal hier tschüss mit ö tschüss tschüss tschüss